Sie hören Daily Soup, verliebt in die Tagessuppe, von M.L. Busch, Folge 5, haut rein, datet rumst, gelesen von Michaela Gärtner und Fabian Kluckert, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Jana Als Sebastian und ich an diesem Morgen die Tagessuppe betreten, werden wir von lautem Geschepper begrüßt. Es hört sich fast an, als würde in meiner Küche jemand mit großen, schweren Dingen werfen. Och, wenn das mein Lieblingstopf war, der gerade zu Boden gegangen ist, dann kann derjenige aber was erleben. Ich beschleunige meine Schritte und bemerke, dass Sebastian es mir gleich tut. Wieder sind Laute zu hören und ein Fluchen, das nur von Rolf stammen kann. Britta flucht nicht, niemals. So ein Pille-Papp, geh zur Seite, tönt Rolfs Stimme von einem Ende der Küche zum anderen. Britta steht mit ausgebreiteten Armen vor ihm und schüttelt heftig den Kopf. Ihr Blick ist finster und stark verkniffen. Niemals, die arme Mietzekatze! Sie furchtelt mit den Armen, als wollte sie Rolf verscheuchen. Ich stehe neben Sebastian im Eingang zur Küche und kann nicht glauben, was ich vor mir sehe. Rolf thront wie ein Messerwerfer mit erhobener Hand vor Britta, bereit zum Wurf. Nur, dass er kein Messer in der Hand hält, sondern einen Pfannenwender. Und dass er nicht auf Britta zielt, sondern auf den schwarzen Kater, der grinsend unter dem Tisch sitzt, an dem ich für gewöhnlich die Zutaten für die Suppe sortiere und schneide. Katzen können nicht grinsen, aber ich schwöre bei Gott, diese kann es. Was ist denn hier los? Die Frage kommt von Sebastian. Anscheinend ist er im Schrecküberwinden schneller als ich. Mir fehlen noch die Worte. Wie stellt sie dir dat in Zukunft vor? Rolf schüttelt den Kopf und lässt den Arm ein winziges bisschen sinken. Sebastians Frage ignoriert er. Unsere Anwesenheit auch. Wir können die Mietzekatze doch nicht rausschmeißen. Sie sieht hungrig aus. Bei Brittas Worten möchte ich am liebsten mit den Augen rollen. Manche Menschen sind einfach zu gut für die Welt. Ich halte mich durchaus für einen tierliebenden Menschen. Aber was nicht geht, geht nicht. Wieso sieht meine Chefin das nicht ein? Ich mache einen Schritt vor. Britta! Mitfühlend lege ich ihr eine Hand auf die Schulter, damit sie versteht, wie wichtig das ist, was ich gleich sagen werde. Rolf hat recht. Ich warte, bis meine Chefin mich ansieht. Dies ist eine Küche. Wir bereiten hier Essen zu. Tiere sind nicht erlaubt. Wenn das Gesundheitsamt davon erfährt, machen die uns den Laden dicht. Dann müssen sehr, sehr viele Menschen ohne warme Mahlzeit auskommen. Genau! Das sage ich doch dauernd! Rolf schmeißt den Pfannenwender mit Schwung auf den Tisch. Was wollte er mit dem Ding aus Gummi eigentlich erreichen? Britta ignoriert unsere Argumente, geht zu der Katze und streckt die Hand aus. Zu meiner Überraschung bleibt der Kater sitzen und lässt sich kurz darauf sogar von ihr auf den Arm nehmen. Ich reibe mir über den Nacken. Das ist unser aller Untergang. Jetzt will sie ihn bestimmt nicht mehr abgeben. Die Leiterin der Tagessuppe drückt ihr Gesicht an das kuschelige Fell und seufzt fast schon ein bisschen zu dramatisch. Ach, mein Mie! Zuckersüß klingen die Worte. Wie bitte? Habe ich mich verhört? Ähm, hat er etwa schon einen Namen? Ich kann es kaum fassen. Das muss schleunigst ein Ende finden. Britta hat ihn ja schon fast adoptiert und in die Familie aufgenommen. Ja, er heißt Mie. Die Katzenliebhaberin sieht mich an und drückt den Kater fester gegen ihre Brust. Als hätte sie Angst, einer von uns würde ihr das Tier entreißen. Mie ist die Abkürzung für Miezekatze. Ach, wie kreativ. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, hör doch auf! Du bist ja völlig aus dem Häusken! Rolf schüttelt mit dem Kopf. Eine Ader pocht an seinem Hals. Das Tier muss weg! Seine Stimme donnert durch die Küche. Ich habe ihn selten so aufgebracht erlebt. Normalerweise ist er kein Mann vieler Worte. Und laut wird er nur äußerst selten. Die Sache mit der Katze muss ihm ziemlich wichtig sein. Äh, schaltet Sebastian sich ein. Wir sollten alle einen Gang runterfahren. Er macht mit beiden Händen eine Geste, die offensichtlich beruhigend wirken soll. Wenn der Schwanz einer schwatten Katze nach Norden zeigt, gäbe es bald ein Unglück. Ich traue meinen Ohren nicht. Hat Rolf das gerade wirklich gesagt? Ich dachte immer, ihn würde Britas astrologischer Unfug nicht interessieren. Meint er das tatsächlich ernst? Wer ist dieser Mann? Und wo ist Rolf? Britta sieht noch verwunderter drein als ich. Auch sie hat die Bemerkung vermutlich überrascht. Da bist du vor ne Socken! Rolf zeigt mit dem Finger auf Britta. Er hat sich etwas beruhigt, wirkt aber immer noch gereizt. Ich sage dir, früher haben sich Hexen in Katzen verwandelt, erklärt er voller Überzeugung. Nach den Worten ist es mucksmäuschenstill in der Küche. Alter Schwede! Da bleibt einem die Spucke weg. Jetzt habe ich genug. Ein bisschen Spaß am Morgen ist durchaus ganz nett. Aber das geht zu weit. Ich muss eingreifen. Alle raus aus meiner Küche! rufe ich und erlaube keinen Widerspruch. Die Katze hat hier nichts verloren, Britta! Bringen Sie bitte nach draußen und sorge auch dafür, dass sie draußen bleibt! Ich klinge wie ein Oberfeldwebel. Etwas zu übermütig klatsche ich in die Hände, um meine Untergebenen anzuspornen. Los, los! Rolf, Murt und Britta klammert sich an den Kater. Aber alle gehorchen. Alle, bis auf Sebastian. Der steht unverändert da und sieht mich an. Er wirkt irgendwie von mir beeindruckt. Schön. Hoffentlich hält es noch eine Weile an. Du kannst mir helfen. Ich zeige erst auf ihn und anschließend auf den Tisch. Es gibt eine Menge Gemüse zu schneiden. Er greift nach dem Pfannenwender, den Rolf über den Tisch geworfen hat, und salutiert. Aber natürlich, liebste Jana, ich kann sofort anfangen. Sagen Sie mir, was zu tun ist. Spinner! Trotzdem muss ich schmunzeln. Es gefällt mir, wenn er so ungezwungen drauf ist. Sebastian Wenig später, während ich das Gemüse vor mich hinschnipsele, wird mir bewusst, dass ich heute zum ersten Mal beim Reinkommen nicht auf das Horoskop geachtet habe. Hm, vielleicht stand es gar nicht auf der Tafel. Oder ich war von dem Getöse, das Rolf veranstaltet hat, zu abgelenkt. Sobald ich die Zwiebeln fertig habe, werde ich nachsehen gehen. Nicht, dass ich etwas Bahnbrechendes verpassen würde, wenn ich das nicht mache. Aber irgendwie interessiert es mich. Welches Sternzeichen Britta wohl heute aufs Korn nimmt? Ich bin in Gedanken und nur einen kurzen Moment unaufmerksam, aber das reicht, um mir in den Finger zu schneiden. Mist, verdammt! Aua! Ich habe mir nicht nur in den Finger geschnitten, ich habe ihn mir halb abgesäbelt. Jedenfalls fühlt es sich so an. Janas Messer sind unglaublich scharf, denke ich, während mir schwarz vor Augen wird. Ich konnte noch nie Blut sehen. Der Schmerz nimmt mit Höchstgeschwindigkeit zu. Weil er eben noch kaum spürbar, ist er jetzt unerträglich. Und das, obwohl ich keine Memme bin. Bevor ich wenig elegant umkippe, lasse ich alles fallen und gehe in die Knie. Im nächsten Augenblick sitze ich auf dem Boden, halte mir die verletzte Hand vor die Brust und versuche, mich zu konzentrieren. Ich weiß allerdings nicht, worauf. Nur nicht hinsehen, denke ich, und bemühe mich tief. Und da stehen, dass ich mich tief in den Hand gehst. Und also, wenn ich weiß,わかixed gut noch mechanisms zu. Und dann sage ich mir리iner, wie es so ein Winter ist. Vielen Dank.